Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sehenswert. Heute nehmen wir euch mit auf eine faszinierende Reise durch die Tierwelt. Wir zeigen euch 15 außergewöhnliche, aber auch seltene Tiere, die auf unserem Planeten leben. Von skurrilen Wasserbewohnern bis hin zu majestätischen Vögeln. Freut euch auf ein Abenteuer voller Naturwunder. Beginnen wir mit dem Axolotl, einem mexikanischen Schwanzluich. Diese faszinierenden Kreaturen bleiben ihr ganzes Leben lang im Larvenstadium, wobei sie erstaunlicherweise die Fähigkeit behalten, verlorene Körperteile nachwachsen zu lassen. Axolotl sind nicht nur biologische Wunder, sondern auch von entscheidender Bedeutung für die Forschung in der Regenerationsmedizin. Schauen wir uns mal den Kakapo an. Einen flugunfähigen Papagei aus Neuseeland. Mit seinem grünen Federkleid und seinem tollpatschigen Verhalten ist er ein echter Paradiesvogel. Die Kakapos sind dafür bekannt, ein unglaublich hohes Alter erreichen zu können, und zwar bis zu 60 Jahre werden sie alt. Musik 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 Lasst uns nun das Fingertier, welches auch als Ai Ai bekannt ist, mal genauer unter die Lupe nehmen. Es handelt sich dabei nämlich um eine einzigartige Lemurenart aus Madagaskar. Mit seinem langen, dünnen Mittelfinger sucht er hauptsächlich nach Insekten unter der Baumrinde. Um Fingertiere ranken sich einige Mythen und ihnen werden sogar magische Fähigkeiten zugesprochen. Tauchen wir in die Welt der Pangolins ein. Diese kleinen Kerle haben schützende Schuppen und rollen sich zusammen, sobald sie sich bedroht fühlen. Aber nicht nur das. Pangolins können genau wie Stinktiere ein Sekret versprühen, wenn sie in Gefahr sind. Leider zählen sie zu den am meisten illegal gehandelten Säugetieren, da sie als Delikat sind. Gehen wir weiter zu einem beeindruckenden Tier, dem Flughund. Diese großen Fledertiere spielen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung von Pflanzen und der Verbreitung von Samen in tropischen Wäldern. Große Gruppen der Flughunde schaffen es sogar mehrere hunderttausend Samen in einer Nacht zu verbreiten. Habt ihr schon mal vom Irivedi-Delfin gehört? Diese faszinierenden Delfine sind für ihre großen, runden Köpfe und die abgerundeten Flossen bekannt. Genauso faszinierend wie sie aussehen, kommunizieren sie auch untereinander. Sie erzeugen Töne durch das Ploppen ihrer Köpfe auf der Wasseroberfläche. Wir reisen weiter nach Afrika, um das Grevy-Zebra anzuschauen. Dieses majestätische Zebra zeichnet sich durch seine schmalen Streifen und großen Ohren aus. Grevy-Zebras sind bemerkenswerte Wanderer, die weite Strecken zurücklegen, um nach Nahrung und Wasser zu suchen. Unser nächstes Tier ist ein absoluter Riese der afrikanischen Regenwälder, der Berggorilla. Berggorillas werden bis zu 1,75 Meter groß und bis zu 200 Kilogramm schwer. Mit ihrer imposanten Erscheinung und dem markanten silbernen Rücken zählen diese Gorillas zu den Stars der Tierwelt. In den Tiefen der Ozeane können wir unser nächstes Tier, den Fächerfisch antreffen. Mit seinem einzigartigen fächerartigen Körper und seinen transparenten Flossen ist dieser Fisch ein wahrer Blickfang. Fächerfische sind Meister der Tarnung und passen sich perfekt an ihre Umgebung an, um sich vor Raubtieren zu schützen. Unsere Reise führt uns nun zum javanischen Nashorn, einem der seltensten Säugetiere der Welt. Diese majestätischen Nashörner, einst über weite Gebiete Südostasiens verbreitet, kämpfen heute ums Überleben. Die verbleibende winzige Population befindet sich in abgelegenen Teilen Indonesiens. Bleiben wir doch direkt in Indonesien, um ein anderes seltenes Lebewesen zu entdecken, den Komodowaran. Dieses gigantische Tier zählt zu den größten lebenden Echsenarten und ist bekannt für seine beeindruckende Größe und seine giftigen Bisse. Hättet ihr gedacht, dass Komodowarane ausgezeichnete Kletterer sind und sich fast nur auf Bäumen aufhalten? Unser nächstes Tier ist der Garial. Dieses Tier findet ihr hauptsächlich in den Flüssen Südasiens. Beim Garial handelt es sich um ein fischfressendes Krokodil mit einem langen, schlanken Schnabel. Im Gegensatz zu einigen anderen Krokodilarten sind Garials eher scheu und meiden den Kontakt zu Menschen. Schauen wir uns das Okapi an. Ein seltenes, giraffenartiges Säugetier, das in den Regenwäldern des Kongos heimisch ist. Mit einem auffälligen Erscheinungsbild, das an eine Mischung aus Zebra und Pferd erinnert, ist das Okapi besonders durch seine langen, v-förmigen Hälse bekannt. Der Axishirsch, auch Chital genannt, ist hauptsächlich in Asien heimisch. Sie leben hauptsächlich im Grasland und vermeiden Wälder. Dafür gehen sie sogar so weit, dass sie ganze Bäume mit ihrem Geweih zerstören. Und schließlich schauen wir uns den Manul an. Manuls sind auch als Palaskatzen bekannt. Diese kleine Wildkatzenart ist in den Bergregionen Zentralasiens beheimatet. Ihr buschiges Fell und der stämmige Körper machen sie zu einem faszinierenden Anblick. Das waren einige der außergewöhnlichsten und seltensten Tiere unseres Planeten. Kanntet ihr diese einzigartigen Tiere und welches davon hat euch am meisten gefallen? Schreibt es mal in die Kommentare. Folgt uns auch gerne, um keine weiteren sehenswerten Videos mehr zu verpassen und gebt dem Video gern einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!